Professorin Dr. Ada Pellert. Sie ist seit März 2016 Rektorin der Fernuniversität in Hagen. Sie wurde vor fünf Jahren außerdem von der Bundesregierung als Mitglied in den Digitalrat berufen und sie wurde kurz darauf Vorsitzende des Vorstands der Kooperationsplattform Digitale Hochschule NRW. Und wie wichtig Kooperationsplattformen sind, das haben wir eben schon intensiv besprochen. Sie ist unter anderem im Beirat des KI Campus aktiv und vielleicht noch Einsatz zur Fernuniversität Hagen. Wenn Sie das noch nicht wissen, sie engagiert sich vielfältig, die Fernuni Hagen, im Bereich KI und Bildung. Insofern ist sie jetzt die perfekte Auftaktspeakerin. 20 Minuten Zeit für Sie. Wenn Sie massiv über die 20 Minuten gehen, liebe Frau Professorin Dr. Pellert, dann mache ich mich akustisch bemerkbar und freue mich jetzt sehr auf Ihren Auftaktvortrag. Und wir haben selbstverständlich Zeit für Ihre Fragen danach. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen, damit meine ich jetzt das Publikum, in den Chat an uns und die werde ich nachher mit ihr diskutieren. Viel Vergnügen. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die nette Einbegleitung. Ich bin natürlich keine KI-Forscherin, aber ich bin ein Mensch, der daran interessiert ist, Hochschulen gut weiterzuentwickeln. Und da bin ich natürlich neugierig, welche Möglichkeiten da KI bietet. Und wir haben natürlich in unseren Reihen an der Fernuniversität Forscherinnen. Ich nenne Claudia De Witt, die ja auch beim Festival dabei ist, die einfach gemeinsam auch hier mit Florian Rampelt, KI Campus, aber eben auch DFKI Nils Pinkwart, der ja auch der wissenschaftliche Leiter des KI Campus ist. Die haben in meinen Augen ein super schlaues Papier geschrieben, das einfach hilft einzuordnen. Was sind jetzt gerade die zentralen Themen und Fragestellungen hinsichtlich der Integration von KI-Themen in den Hochschulkontext? Das White Paper vom letzten Oktober kann ich nur jedem empfehlen. Was heißt es mit KI zu lernen, über KI zu lernen, aber auch trotz KI zu lernen? Und die haben für mich zehn gute Gründe für die künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung aufgeführt. Also es hilft uns mal, unsere kognitiven Fähigkeiten zu verstehen, zu verbessern, weiterzuentwickeln. Aber wir werden diese Verfahren auch künftig für die Ausbildung metakognitiver Fähigkeiten, kritisches, kreatives Denken, Argumentieren, Problemlösen einsetzen. Auch hier gilt, wie für alle Technologien, die wir im Bildungsbereich einsetzen. Ich muss mir zuerst überlegen, was ist eigentlich meine Vorstellung, meine Idee von Lernen? Ja, das kann eine sehr behavioristische sein, dann werde ich Technologien so einsetzen oder es ist eher eine konstruktivistische, dass man dieses Wissen und Bildung gemeinsam konstruiert. Ja, dann werde ich die Technik dafür einsetzen. Also die ist an sich für eben auch das, was Universitäten seit Tausenden von Jahren befördern wollen, nämlich kritisches und kreatives Denken, auch unterstützend gut einsetzbar. Personalisierung kann ein individuell erfolgreiches Studium besser unterstützen als das bisher standardisierte Studium. Ich glaube, dieses One-Size-Fits-All, das funktioniert einfach auch nicht in der Bildung. Ja, es funktioniert auch in allen anderen Bereichen nicht, wenn Sie auch an die Möglichkeiten denken, die die Digitalisierung etwa im medizinischen Bereich hat oder auch in der Landwirtschaft. Je genauer wir sind, je stärker wir sozusagen customisen, individualisieren können, desto besser werden wir. Und das gilt natürlich auch für den Bildungsbereich. Und man kann mit KI einfach ganz große Datenmengen durchforsten und plötzlich Muster erkennen, die uns einfach helfen, Studienverläufe zu verbessern oder unsere Vorhersagen sozusagen zu verbessern. Also alles kreist, wie machen wir das Studium noch ein Stück erfolgreicher für das einzelne lernende Individuum. Und ich glaube, da braucht der Mensch vor allem individualisiertes Feedback. Ich würde mir wünschen, wir könnten jedem Studierenden einen ganz persönlichen, ja, also gar nicht eine künstliche Intelligenz, sondern einen Menschen zur Seite stellen. Das ist eine unrealistische Vision im Hochschulsystem. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir maschinengestützt individualisiertes Feedback generieren. Und natürlich kann KI mir helfen, als Lehrende meine Lehrstrategie zu überprüfen. Wie plane ich, analysiere ich meine Lehre? Kurzum, gut eingesetzt kann KI einfach die digitale Hochschullehre doch nochmal um einiges weiter befördern. Das finde ich daran interessant und da wären wir bei meinem ganz persönlichen Zugang. Ich denke, am Anfang muss die Frage stehen, was braucht gutes Lernen? Ich habe zu oft gesehen, wie schnell wir in die technologische Diskussion springen, ob das jetzt KI ist oder vor vielen Jahren die ersten Ansätze des E-Learning. Diese Frage, der muss ich mich stellen und die beantworte ich für mich, dass gutes Lernen ganz viel mit Personalisierung und Individuenzentrierung zu tun hat, einerseits und adaptiven Lernumgebungen andererseits. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Entwicklung braucht Feedback. Damit Menschen, egal welchen Alters, in der Grundschule genauso wie später als Führungskraft sich entwickeln können, brauchen sie Rückmeldung, Feedback. Das geht in Richtung Guidance, Beratung, Mentoring. Aber ich brauche sozusagen viele Rückkopplungsmechanismen, damit ich mich als lernender Mensch gut weiterentwickeln kann. Und wir müssen ein Stück, und das ist, glaube ich, im Moment einer der Haupteinsatzpunkte der KI im Hochschulbereich Learning Analytics. Wir können evidenzbasiert Lehr-Lern-Prozesse verbessern. Ja, also das, was wir aus Daten herauslesen können, zur Verbesserung der Lehr-Lern-Prozesse verwenden. Also KI kann ganz zentrale Dimensionen des guten Lernens unterstützen. Und ich bin sehr dafür, dass wir ganz neugierig den Möglichkeitsraum erkunden, nicht naiv erkunden, reflexiv erkunden, aber Betonung des Möglichkeitsraums. Weil ich sage das, wenn wir uns im deutschsprachigen Raum befinden und wir sollten nicht sozusagen gleich mal erst starten mit den Bedenken, sondern neugierig, aber wie gesagt auch reflexiv die Möglichkeiten. Und daher würde ich mich gerne den Chancen zunächst widmen. Also personalisiertes Lernen, adaptive Lernumgebungen. Personalisiertes Lernen findet statt, wenn ich eben den einzelnen Studierenden erreichen kann. Wo hält er oder sie kompetenzmäßig? Ja, wie kann ich die Bildungsmotivation, das Engagement ansprechen? Wie kann ich ihre individuellen Lernbedürfnisse nicht nur berücksichtigen, sondern über Feedback, Rekommender-Systeme auch diese wechselnden Lernbedürfnisse flexibel und im individuellen Lerntempo entsprechend begleiten, anpassen? Also ich glaube diese Personalisierung, wir sind alle anders, wir lernen alle anders und wir müssen einfach nicht so wie jetzt one to many, eine Person spricht zu vielen, sondern umgekehrt viele, viele Wege, Möglichkeiten, mediale Möglichkeiten zur einzelnen Person bringen, damit sie und ihr Lernen gut unterstützt wird. Das ist eine große Chance. Die zweite große Chance ist im ganzen Problemkreis Empfehlung, Beratung, Mentoring. Ich denke, Informationen für Studierende können über Chatbots und Rekommender-Systeme gebündelt werden. Die Tutoren-Systeme werden immer intelligenter. Ich glaube, wir sind in anderen Bereichen des Lebens ja schon ein Stück vertraut und finden das auch ganz praktisch, wenn jemand auf unsere Vorlieben eingeht. Wir müssten das einfach übertragen auf den Bildungsbereich, natürlich unter Wahrung der Privatsphäre, unter Selbstbestimmung der Studierenden, freiwillige Nutzung. Also es gibt Spielregeln, die man da einhalten muss. Aber ich fände es natürlich toll, wenn wir hier mehr virtuelle Begleiter für Studierende bekommen, zusätzlich natürlich zu den anderen Formen der Beratung und Begleitung. Aber je vielfältiger das Beratungssystem ist, je dichter das Beratungsnetz, desto größer der Erfolg. Wir sind eine Hochschule mit fast 80.000 Studierenden. Wir müssen überlegen, wie wir auch für große Kohorten Begleitung, Beratung, Individualisierung hinbekommen. Und das ist das, was mich an KI hier interessiert. In dem White Paper gibt es eine Tabelle, die habe ich gut gefunden für das Thema Learning Analytics. Also ich glaube, für Hochschulen als datengetriebene Wissenschaftseinrichtungen ist es Learning Analytics, das im Moment für verschiedene Ebenen, für die Lehrenden, die Lernenden, die Organisation und die Mikro-, Meso- und Makro-Ebene des Lehrgeschehens gute Möglichkeiten bietet. Mich als Rektorin interessiert zum Beispiel die organisationale Ebenen. Ja, wie kann ich das Monitoring, die Revision von Studiengängen, die Unterstützung bei der zeitlichen Planung, wie kann ich ein großes Lehr-Lerngeschehen institutionell besser unterstützen? Wie kann aber auch der einzelne Lehrende mehr Informationen zur Unterstützung seines oder ihres Lehrverhaltens bekommen? Erkenntnisse zu den Erfolgsfaktoren und natürlich als Lernende muss ich mich auch mit meinem eigenen Lernerfolg auseinandersetzen. Jetzt komme ich zu den Herausforderungen. Also zum einen denke ich, sind die natürlich im Kompetenzaufbau. Florian Rampelt hat ja schon den KI-Campus vorgestellt. Ich denke, der ist für mich eine wunderbare Bündelung, dass wir uns zusammentun und sagen, wie können wir jetzt dieses Kompetenzentwicklungsthema gemeinsam in Angriff nehmen, weil wir müssen das bündeln. Da gibt es einfach noch zu wenig. Der AI-Kurs der Finnen war auch angesprochen von Florian Rampelt, gibt es auch jetzt in einer deutschen Variante. Aber der KI-Campus ist einfach eine wunderbare Umgebung, wo alle von Ihnen Open Source vieles bekommen zum Thema KI. Wir müssen uns da, glaube ich, gut zusammentun und das dann auch digital oder in Blended Learning Mode vermitteln. Niedrigschwellige Zugänge. Und dann wird natürlich auf uns zukommen, wie kategorisieren wir eigentlich diese verschiedenen Kompetenzen. Noch ist das ja so eine große Landschaft. Die werden wir dann in einzelne Länder unterteilen müssen und überlegen müssen, was sind da auch Kompetenzstufen. Dann möchte ich die Herausforderung Datenkultur nennen. Ja, ich bin, es wurde erwähnt ja auch im Digitalrat der Bundesregierung seit drei Jahren, wir haben uns da sehr bemüht, eine nationale Datenstrategie mit auf den Weg zu bringen, weil das ist, finde ich, auch schön, dass Deutschland als eines der wenigen Länder so etwas hat, weil wir einen ganz anderen Blick auf Daten einnehmen müssen. Ich sage das noch einmal, also zu sagen, besonders im hochschulischen Wissenschaftskontext, wir sind ja Datenorganisationen, aber wie wir mit diesen Daten schätzen, umgehen, da gibt es sozusagen noch Luft nach oben. Wenn ich mir überlege, auf welchen Daten sitzt zum Beispiel die DFG, wie bereiten wir die aber auf, dass wir dann am Ende wirklich Open Data in Open Innovation in Europa auch wirklich in einem Ausmaß pflegen können, das weit über das, was wir jetzt in diesen versäulten Strukturen haben, nützen können. Das heißt, wir müssen in der eigenen Einrichtung uns mit unseren Daten ganz anders auseinandersetzen. Es fällt mir immer wieder auf, wir sind zwar datenbasiert, faktenbasiert, wissenschaftlich, aber als Einrichtung vertrauen wir dann doch häufig lieber mal auf das gute, klassische alte Vorurteil einer Fakultät über die andere schauen, nicht zu zahlen, Daten und Fakten, sondern tauschen lieber diese persönlichen Einschätzungen aus, die nun mal jeder Hochschullehrer über den anderen hat. Also Datenkultur, Data Literacy, das wurde schon genannt, ist ja viel auch über Modellstudiengänge, etwa des Stifterverbands in Gang gesetzt worden. An allen Hochschulen sind viele Data Science-Studiengänge entstanden in den einzelnen Fächern, wird Data Literacy befördert. Ja, ich glaube, da müssen wir dringend weiterkommen. Das ist total spannend und würde unseren Beitrag auch zu einer internationalen Open Data Strategie sozusagen unterstützen. Dritte Herausforderung, das Vertrauen. Mit KI sind einfach viele Ängste verbunden. Das ist emotional nachvollziehbar und man hat auch Angst, dass vielleicht die ganzen Empfehlungssysteme dann in Richtung ausschließende Kriterien oder nur Durchschnittskriterien, wie kann das Diversität sozusagen auch widerspiegeln. Natürlich müssen wir auf das achten. Wir dürfen das nicht naiv betreiben. Wir brauchen Transparenz, wir brauchen Sensibilisierung und Partizipation. Eine kundige Auseinandersetzung. Und es gibt mehrere Bewegungen, Bemühungen, die jetzt in Richtung Trusted Learning Analytics gehen, als ethisch verantwortungsvoller, transparenter Einsatz. Ja, institutionelle Selbstverpflichtungen, aber auch individuelle. Wie stehe ich zu meinen Daten? Wie kann man in kundiger Auseinandersetzung mit dem Thema und innerhalb eines ethischen Rahmenkonzepts? Ja, all das führt zu neuen Rollen. Also ich glaube, wir müssen ja immer mehr kuratieren, sozusagen Qualitätssicherung auch betreiben, Lernbegleitung etablieren. Hier braucht es entsprechende Begleitung, Auseinandersetzung der Lehrenden. Was heißt das alles für unsere Rollen als Lehrende? Wie vielgestaltig können diese Rollen sein und wie fügen wir sie wieder in ein gutes Lernarrangement? Das führt dazu, dass wir natürlich andere Supportstrukturen an den Hochschulen benötigen. Sonst führt das zu einer Überforderung auch der Lehrenden. Ich muss, und ich würde immer sagen, Primat der Didaktik. Ich muss zuerst wissen, was ist gutes Lernen? Was ist mein Lehr-Lern-Konzept? Und dann kann ich eben alle technischen Möglichkeiten, auch KI, entsprechend anwenden, aber in der Reihenfolge. Und wir müssen Freiräume nützen, Sandboxes, wo wir ausprobieren können, unter gleichzeitiger Sicherstellung der ethischen Rahmenbedingungen. Fazit. Mir geht es darum, den Möglichkeitsraum zu gestalten. Also lassen Sie uns kreativ mal eintauchen in die Möglichkeiten, neugierig sein, was bietet das alles für uns und gleichzeitig nicht sozusagen mit den Bedenken starten. Das hat das Thema, das verstehe ich auch, aber diese neugierige Auseinandersetzung mit dem Möglichkeitsraum. Zweitens wirklich tiefer bohren. Lassen Sie uns tiefer bohren. Was ist das Lernverständnis? Ja, was, wie stellen wir uns gutes Lernen vor? Legen wir das frei und springen wir nicht schnell in irgendwelche technischen Möglichkeiten? Loten wir die Chancen aus und bilden wir Kompetenzen aus? Data Literacy ist ersetzlich im Sinne eines kundigen Umgangs. Datenkultur als Selbstanwendung. Ja, wir sind nun mal, das ist die Kernfunktion der Forschung, ist mit Daten zu operieren. Wir müssen das auch auf uns selber anwenden, auch auf den Lehrbereich und auf die institutionelle Weiterentwicklung. Die Rollenänderung begleiten, Sicherheit geben, gute, spannende Umgebungen schaffen, damit man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und dazu braucht es institutionelle Unterstützung. Das sind Transformationsprozesse, die kann man nicht sozusagen einfach eben noch mal nebenbei bewältigen, wie das für das ganze Thema der Digitalisierung im Lehr-Lern-Bereich betrifft. Aber gerade da sind die Institutionen eben auch die Hochschulleitungen gefordert. Ja, damit würde ich es jetzt gut sein lassen. Ich würde die Bildschirmnutzung hiermit beenden und wir können uns sozusagen so jetzt besser noch unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn es noch die eine oder andere Frage für die Diskussion gäbe. Danke. Gibt es, Frau Professorin Pellert. Wunderbar. Vielen Dank für diesen starken Auftakt. Wir haben jetzt gewissermaßen den Reality-Check im Chat, so würde ich das mal nennen. Aljoscha, leg mal los. Ich würde fast mit der letzten Frage nur noch anfangen, weil die es ein bisschen besser anschließt. Jürgen, der sagt, über all das, was Sie reden, reden wir natürlich über digitale Lehre und über Daten, die wir auswerten. Die reale Lehre an deutschen Hochschulen ist aber in Präsenz und live und vor Ort, wo überhaupt nicht diese Daten anfallen. Und das ist eben die Frage, wo bekommen wir die Daten dann her? Oder was muss sich an der Stelle dann eigentlich ändern? Naja, ich glaube, jede, also Schritt eins, ich muss ein positives Verhältnis dazu entwickeln, dass das sinnvoll ist, Daten über die Lehre zu erheben und damit zu arbeiten. Es wird ja überall eine Menge an Daten erhoben an Hochschulen. Das ist ja nicht so, egal in welchem Format die unterwegs sind. Nur was dann damit passiert, entzieht sich, wenn sie allein an die Evaluationsergebnisse der Lehre, ja, kleiner Ausschnitt, macht jede Präsenzhochschule. Aber was passiert eigentlich damit? Wer schließt diese Kreisläufe? Wer ist interessiert am Feedback? Wer arbeitet damit? Also das hat was mit Datenkultur zu tun. Und die hat natürlich die Präsenz-Uni genauso. Ein eigenes Beispiel übrigens, ich bin in einer Stiftung mit dem Vorstand und wir haben immer Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Das können wir nicht mehr tun, weil wir nicht mehr an die Namen der Leute kommen von Universitäten, die gerade eine Abschlussarbeit abgegeben haben, eine exzellente. Wegen Datenschutz kommt man da nicht mehr dran. Ich meine, das ist absurd. Ja, also und da wird natürlich auch, denke ich, also eben auch Evaluationsergebnisse, die keiner sehen darf aus Datenschutzgründen oder so, wo ich mir denke, Leute, dann brauchen wir es nicht erheben. Das hat irgendwie wenig Sinn. Und da ist natürlich so eine Mischung, ja, zum einen manchmal nicht klug angewendeter Datenschutz, aber manchmal einfach auch ein wunderbares Argument, um sich nicht verändern zu müssen. Aber jetzt noch eine Frage aus dem Chat, ja, an Sie, Hand aufs Herz. Welche der dargestellten KI-Chancen werden denn bereits an der Fernuni Hagen genutzt, fragt Julius. Also die Claudia De Witt ist ja bei uns sozusagen da am stärksten unterwegs in den Bildungswissenschaften. Das ist für uns immer ein Bereich, wo wir vieles ausprobieren können. Also erste zarte Schritte, aber in Kooperation auch mit Forschern anderer Unis, die natürlich an den digitalen Spuren, die unsere Studierenden sozusagen hinterlassen, auch forscherisch sehr interessiert sind. Ja, also wir sind da eher im Ausprobieren, im Forschungskontext unterwegs, aber natürlich mit hohem institutionellen Interesse. Darf ich da vielleicht noch eine Frage dranhängen? Mich würde interessieren, wo ernten Sie mehr Vorbehalte, wenn Sie das Thema KI adressieren, bei Ihrer Studierendenschaft oder bei der Lehrendenschaft? Und mich würde kombiniert damit interessieren, was sind denn Ihre Nudges, um die Lehrenden, die es vielleicht 40 Jahre anders gemacht haben, jetzt dann rüberzuziehen in Richtung KI und sich nackig zu machen, in Anführungsstrichen, mit all den Evaluationsergebnissen? Ja, ja. Also ich denke, ich würde bei den Lehrenden, also Bedenken auf allen Ebenen, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie besonders getrennt ist. Ja, aber ich würde immer beginnen mit denen, die daran interessiert sind. Ja, also es hat die einfach nicht zu überzeugen Kollegen so sehr wie ein Peer, ja, der mal am besten noch im gleichen Fach zeigt, was sind da die Möglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel Fachmediendidaktiker, das hat sich total bewährt, weil da sind dann etwa Selbstjuristen, ja, die können aber trotzdem mediendidaktisch gut unterwegs und die können das in die Fachkultur hineinvermitteln. Und ich glaube, so muss es mit all diesen Ansätzen sein. Zwangsbeglücken hilft selten. Also wir haben eine... Wir haben noch eine Frage. Wir haben eine rege Diskussion im Chat. Rege Diskussion. Das eine ging wirklich tatsächlich eine Diskussion, die sich jetzt darum rangt, wie man auch in Präsenzveranstaltungen eben natürlich Daten gewinnen kann, zum Beispiel, indem man Kameras aufhängt und guckt, ob die Leute aufmerksam sind, wie es in China passiert. Das war gleich die Frage. Wollen wir das wie in China machen? Müssen wir hybride Veranstaltungen machen? Das wäre so ein Thema. Und das könnte man vielleicht gleich mit einer anderen Frage noch verknüpfen. Wenn hier viele mit Einzelnen sprechen sollen, wird dann nicht die eine überlastete Lehrkraft noch mehr zum Flaschenhals der ganzen Organisation? Diese beiden Fragen, würde ich mal zusammenfassen, die rege Diskussion. Nein, das ist völlig richtig. Ich bleibe bei der letzten. Das funktioniert eben nur arbeitsteilig. Also viel zu lange haben wir versucht, im Hochschulsystem auf die eine Lehrperson, wenn man nur die Gestalt der Professorin, die soll irgendwie forschen, lehren, international sein, digital sein, in der Selbstverwaltung, klappt nicht. Der semiprofessionelle Allrounder ist selten ein Erfolgsmodell. Und gerade in der Lehre müssen wir uns Arbeitsteiligkeit angewöhnen. Also ich kann sagen, Fernuniversität, das war immer arbeitsteiliges Lernen. Da gibt es unterschiedliche Rollen von den Tutoren, Mentoren, Supportstrukturen. Und wenn wir da einsteigen wollen, muss das klar sein. Deswegen ist mir das mit den Supportstrukturen so wichtig. Das macht sonst überhaupt keinen Sinn und führt zu einer wahnsinnigen Überforderung und macht dann auch gar keinen Spaß. Also deswegen müssen wir teamförmig arbeitsteilig mit viel Support. Und die andere Frage ist, also auch jetzt schon, also wir dürfen, glaube ich, bei KI nicht so sehr an Kameras, die uns da die Schreckensvorstellung, ne? Also, aber ich finde einfach, einzusteigen, also wir hatten ja gerade zum Beispiel Evaluationsergebnisse, das sind ja auch Daten, ja? Aber auch einzusteigen in Feedbackschleifen, wie beobachte ich mein eigenes Lernen, ja? Wie, ich glaube, ich kann auch in der Präsenz eigentlich nur gut studieren, wenn ich da immer reflexiver werde. Und je mehr mir da zur Verfügung gestellt wird, das auch zu reflektieren, desto besser wird das Lernen. Ich habe das Gefühl, dass in den meisten Hochschulen wir in Richtung Blended marschieren, ja? Und da müssen wir eben unterscheiden, geht es jetzt um das Lernen des Lernenden, geht es um das Lehrkonzept des Lehrenden oder geht es eigentlich um die Daten, die die Institution schon hat und die sie sich aber nicht kümmert, um ihr Lehrgeschehen zu verbessern? Darf ich nochmal fragen, wenn es um die Veränderung der Qualität des Lehrenden geht, haben Sie da so etwas wie eine Generationenkohorte? Das heißt, die Älteren sind gegebenenfalls, sogar haben wir ja in manchen anderen Bereichen auch, wo es um Digitalisierung geht, fast offener als Jüngere oder so? Oder erleben Sie, ist das komplett individuell? Also ich würde sagen, es ist, ich meine, neben einer generellen Affinität sozusagen, das ist ein Generationen, ja, wie leicht ist der Zugang? Ja, also meine Kinder sind mit digitaleren Fingern sozusagen geboren als ich, ja? Aber das ist mal ein gesellschaftlicher Trend, aber unter den Lehrenden ist es eher, wer ist interessiert an guter Lehre, wer ist neugierig, wer will was ausprobieren? Ja, wer hat erlebt, wie gut das Feedback ist, wenn man an seiner eigenen Lehre arbeitet? Ich habe erlebt, auch Leute, die in gesetzteren Jahren sich mal dann in die Hochschuldidaktik sozusagen verirrt haben, die mit ganz neuen Erkenntnissen rausgekommen sind und plötzlich gemerkt haben, hey, das macht ja viel mehr Spaß, wenn ich gute Rückmeldungen bekomme. Und um das geht es eigentlich, ja? Wobei man aber auch heute, wenn Mediakommentar erlaubt ist, in Corona-Zeiten gesehen haben, dass auch jüngere Leute dazu neigen, ihre Kameras auszuschalten und wieder eine neue, sagen wir mal, digitale Furcht, hier war von German Angst die Rede, oder sagen wir mal, zumindest mal Besorgtheit entwickeln, da muss man sicherlich auch mit umgehen. Aber vielleicht daraus nochmal, gerade weil du das sagst, eine Frage an Sie. Ist es wichtig, um die ersten Schritte als Studierende zu gehen, sowas wie in dieser Sandbox-Erfahrung, Closed Shops mit Datenschutz abzusichern, zu sagen, Leute, das ist jetzt wirklich wie Sandkasten. Ihr könnt hier hin und her bauen, ihr könnt alles ausprobieren und nach diesem Schnupperkurs gewissermaßen erstmal den Vorhang zu lüften. Ist das ganz wichtig, um die ersten Erfahrungen zu ermöglichen, wenn die positiv sind, dass die Reise weitergehen kann? Genau, würde ich ganz unterstreichen. Wir haben auch gute Erfahrungen mit unserem eigenen Datenschutz gemacht, einfach gesagt, da gibt es jetzt eine forschungsbasierte Probeumgebung. Geht es das ein Stück mit? Wir machen noch nicht den Regelbetrieb, sondern wir schauen uns das alle einmal gemeinsam an. Also man muss einfach neugierig sein und ausprobieren können, wenn wir alle Eventualitäten im Vorhinein klären wollen, dann passiert das, was im deutschen Schulsystem passiert ist. Wir sind einfach way back. Weil wir nicht uns trauen, was auszuprobieren. Wir haben noch eine mehr strukturelle förderpolitische Frage, die von Eduard Müller kam. Hat die Fernuni Hagen Mittel aus dem Bund-Länder-Programm für KI in der Hochschullehre erhalten? Und falls ja, wie wurden diese investiert? Ein Projekt von Claudia De Witt, ja, also die ist da eben unterwegs. Und ich glaube, Impact ist das eine, ich habe sie jetzt nicht alle, aber wir haben einige, sozusagen, die ganz stark in den Lehrbereich geht. Ja, also wir haben jetzt auch eine, sozusagen, KI-Professur, aber die ist halt im Forschungsbereich. Claudia De Witt und ihr Team ist mit anderen unterwegs in dem Bildungsbereich. Und das ist für uns einfach der stärkste Einsatz. Also, sehr gute Nachricht schon mal. Sie haben jetzt, Claudia De Witt, mindestens zweimal erwähnt. Wir haben sie nachher, nein, nein, das ist ja auch gut so. Wir haben sie nachher auf dem Panel. An der Stelle möchte ich mich auch mal ganz kurz freuen, dass wir ziemlich genderoffen sind bei der heutigen Veranstaltung. Was im KI-Zusammenhang auch nicht immer notwendigerweise der Fall ist. Nein, das ist ja nicht. Also, wir haben sozusagen alles vertreten. Ich möchte noch eine Frage, und die geht ein bisschen weg vielleicht von der Fernuni. Ihre Überzeugung, was sind die wichtigsten Kräfte, Netzwerke, Energien, was sind die wichtigsten Schaltstellen, um das Thema, jetzt auf die Zukunft betrachtet, weiter massiv in die Breite zu bringen und zu einer wirklichen Verankerung von KI in der Hochschule zu führen? Also systemisch, jetzt rede ich nicht nur von der Fernuni. Systemisch, okay. Was sind für Sie die wichtigsten, sozusagen, Zündwerkzeuge da? Also, zwei Punkte sind immer wichtig bei Hochschulentwicklung. Ich nenne das immer Scheinwerfer und Karotten. Also Scheinwerfer ist Reputation. Das System ist gesteuert über Reputation. Und das heißt, ich muss die eben Exzellenz reinbringen, ja, dass das tolle Lehre ist, dass die ausgezeichnet werden, die sich dieser Mühe unterziehen, immer wieder neue Konzepte herauszufinden. Karotten sind eben, denke ich, Förderaufrufe, Ressourcen. Das hat der Florian Rampelt ja auch schon gesagt. Das geht nicht eben mal so, ja. Das ist harte Lehrentwicklung. Und da müssen wir auch Zeit und Geld dafür zur Verfügung stellen. Aber systemisch, der intelligenten Kooperation gehört die Zukunft. Und wir müssen im Hochschulbereich, und da ist deswegen der KI Campus für mich, ein wirklich gutes Beispiel, lernen, gut zu kooperieren, ja. Wir müssen all das, was wir schon wissen und noch brauchen, einmal zusammentragen. Und das ist in einem fragmentierten, versäulten Bildungsbereich keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen verbringe ich sehr viel Zeit mit Bündelungsversuchen, ob das in NRW mit der digitalen Hochschule ist oder auf nationaler Ebene. Also für mich liegt dort der Schlüssel, kombiniert mit immer zu zeigen, Leute, dadurch soll Lehre besser werden und Lernen lustvoller. Also das ist jetzt, ja, weil sonst, warum sollte man es sonst tun? Auch Aljoscha nickt. Also kein Widerspruch aus den eigenen Reihen hier. Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Auftakt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist so enthusiasmierend, dass eigentlich wir eine Viertelstunde Pause gar nicht brauchen, aber wir haben sie im Programm und deswegen nehmen und geben wir sie uns jetzt. Vielen herzlichen Dank nach Hagen an Sie.